Und noch ein Messehammer mit Teilen aus echtem Gold. 120.000 Euro ist dieses Auto wert. Die Veredelung eine echt schwere Angelegenheit. Das kann man nicht in Gramm rechnen, das wird in Liter gerechnet. Das sind ungefähr drei Liter, die am Fahrzeug verarbeitet wurden. Und vom Arbeitsweise ist so eine Oberflächenveredelung, also galvanisiert. Und das ist mit dem Gerät, was man hier sehen kann, kann man das praktisch am Fahrzeug auftragen, ohne die Fahrzeugteile abzumontieren. Eine Messe, die alle Wünsche rund ums Auto erfüllt.